Man hat als Golfspieler maximal 14 Schläger zur Verfügung. Diese 14 Schläger unterteilen sich einmal in kurzer Eisen, genannt Short Iron, mittlerer Eisen, genannt Mid Iron und Long Iron, also lange Eisen. Bei den langen Eisen gibt es Besonderes, das ist das Hybrid. Das Hybrid ist ein modifiziertes, langes Eisen, um einen weiten Transportschlag zu spielen. Die kurzen Eisen sind Sandeisen, Pitching Wedge, die mittleren Eisen Eisen 8, Eisen 7, Eisen 6.